Tja, gut, das ist ja total interessant, äh, ich nehme erst mal das Datenpad mit. Und guck mal nochmal die ganzen Monitor hier an. Oh, guck mal da. Präzisionsgewehr, äh, Präzisionszielfernrohr, schön. Nachladen, ja mit der Wumme. Nee, Muni gibt's hier leider nicht mehr. Schade. Wollen wir sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Ich finde das auch nicht mehr groß was, schade. Gibt's da vorne noch irgendwelche Knarren? Ähm, es ist ja interessant, dass wir hier auf Jack treffen. Und ja, das mit dem, das mit dem Cerebrus Dingensens da hätte man auch, äh, lassen können. Ich weiß, wäre vielleicht besser gewesen, einfach, ähm, das Ding in die Luft zu jagen. Bloß man weiß ja nie, vielleicht hilft's ja wirklich, er hat's ja wirklich geholfen in gewisser Weise gegen, ähm, die Reaper. Vielleicht gibt's ja noch irgendwas, keine Ahnung, vielleicht helfen sie ja doch noch irgendwie sinnvoll mal. Kann ich aber irgendwie immer noch nicht bestätigen. So, Kamerasteuerung auf. Sanders, du solltest jetzt noch accessieren. Und, dat Logbuch. Äh, Student ID 5, äh, 125D Prangly. Priorität Alpha, um jeden Preis lebend ergreifen. Wat? Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hohen Punktzahlen bei Tests der Führungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und Leistungsstarkerwässerung. Für folgende Langzeitinfiltration. Das ist ja total scheiße. Gut. Der schnellste Weg ist durch den Atrium, aber Cerberus hat die Tür veröffentlicht. Sie werden die magnetischen Locken veröffentlicht. Die Overrides sollten direkt über die Tür stehen. Okay. Äh, manuelle Overrides finden. Super. Das machen wir auch noch. Fragt sich nur wo. Wie sich die Leute die ganze Zeit mit belangloser Scheiße unterhalten, das ist ja total interessant. Gerade eben wurden sie noch beinahe abgeschossen, jetzt sind sie schon wieder am klatschen. So, wo denn überhaupt? Ich guck mal gerade. Manuelle Overrides. So, hier gibt's die sicher nicht. Ich bin einfach mal vermutet, dass die hier irgendwo gibt. Nein. Schade. So, ach. Hallo Jack. Hab dich gar nicht gesehen. Du bist immer noch halbnackt. Mann, zieh doch mal was an. Hey. Lass mich wissen, wenn wir eine neue Weg aus dieser Station haben. Wie sind die Schüler in der Krieg? Wie denkst du? Es sind ein paar Teenager. bis ein paar Monate vorhin, die größte Begründung war, dass sie sich verletzt haben. Du denkst, dass sie bereit sind für Krieg? Ich denke, dass sie eine Wahl haben. Also, all diese Talks über biotische Artillerie-Strikes... Das ist großartig, in theory. Vielleicht werden sie es zusammengefasst, wenn sie ein paar Aktion sehen haben. Aber? Sie wären besser als Support. Sie stellen sie in den Rückseiteiten, helfen mit Barrieren und so. Ich weiß nicht. Sie haben dann gesagt, das? Nein. Sie brauchen mich, um sie zu glauben. Ich habe ein paar Dinge geklappt, um deine verdammten Gespräche zu hören. Ich muss sagen, Jack. Du siehst gut. Ja, gut. Du bist auf die Narbe am Rücken oder am Hals. Ich hatte nie eine Familie. Und diese Leute? Wenn jemand mit meinen Studenten schreit, dann werde ich sie entfernt. Was ist so wertvoller an diesen Studenten? Biotisch, ich meine. Na gut, was ist scherriger als ein Biotische-Attacker? Ein ganzes Bündnis, wenn ich zusammen arbeiten. Es ist wie ein Biotische-Artillerie-Strikes. Jack, wenn irgendein Biotische in unseren Weg kommt, dann riechen wir ihn zu Schrauben. Steig nahe, wir werden dich von hier raus. Gut. Vermute ich einfach da oben an den PCs irgendwo. Würde ich jetzt ganz einfach mal so annehmen. Nö, 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 hier nicht, hier auch nicht, da hinten auch nicht. Ich habe auch keiner was von dem gesehen. Auch nur so, auch nur so. Hey, ach da. Jo. Got it. Du solltest nicht die Tür öffnen. Ich werde zu der Schrauben vor dir und ein paar bereit sind, um zu fliegen. Wollang geht's denn? Hier lang? Nee. Unten lang. Ach ja. Unten runter, unten runder. So, Jack, wir haben es geschafft. Jetzt heißt es nur noch Muskel anspannen. Und drücken. So. Hört sich jetzt gerade voll bescheuert an Schleiß. Wir gehen in den ersten und ziehen ihren Feuer. Wir schrauben dich von der zweiten Level und schrauben die... Die Leute von oben. Eine gute Strategie, die die Studenten von direktem Feuer. Tja, gut. Macht das. Mach das. und schrauben dich. Und dann bleibt dir sicher. Okay. Ich habe dich nicht verletzt, um dich zu schrauben. So, du kannst du jetzt sterben. Lügen immer, das gibt es gar nicht. Und kicken etwas Arsch. Ja, Frau. Los geht's! Hey Oh, immer diese blöden Oh, da hinten ist einer Schade Da kommt doch sicher gleich so ein blöder Atlas Ah ja, da kommt einer Nein Hey Hör auf damit Oh, diese blöden Atlas-Dingensens-Kram Scheiße Ach, ein Serturio auch noch Warte mal, warte mal So Super Sache, dat Okay, das bringt nicht sonderlich viel Ich flankier die mal, wisst ihr wat Jetzt bräuchte ich eigentlich mal so ein super Dingensens-Infiltrator Äh, der hier schön außenrum latschen kann Also, ich sehe das nicht wirklich gut Hey Okay, treffen tue ich gerade gar nicht Äh, hau mal drauf Äh, hallo Mann, jetzt hau mal drauf Boah, scheiß Dreck Ich komme halt überhaupt nicht mehr mit der Steuerung, klar Habe ich gerade echt verkackt die Schlagtaste zu finden Gibt's ja nicht Ja Ja Erdjord Hatte ich mir mal kurz den Atlas auf die, auf die Dingensens, aufs Korn Ja, guck mal da unten Den haben wir denn da Scheiße, haben wir da Gibt's halt noch wen Ich muss mal versuchen, dass die uns hier nicht von der Seite flankieren So Genau, wie den da zum Beispiel Ey Halt mal hier Ey Na bitte So, und da steht noch so ein blöder Techniker Muss er auch schnell down kriegen So, die hätten wir Ja, Mist Da hab ich nichts getroffen So eine Scheiße Hey Technik Krieg Geht auf Super Okay Weg damit Das Geschütz brauchen wir nicht Das steht im Weg So Ist er noch Das sind ja so viele gerade hier Und ich glaub Die 20 Studenten waren gemeint Oh, wir haben keine Muni mehr Na dann mal schnell Waffen wechseln Das ist aber schlecht jetzt gerade Äh, wie wär's denn mit dem Matterhorn-Gewehr? Haben wir's doch gewechselt Wollte ich ja gar nicht So Ach, das ist Vorher so schnell wie man abdrücken kann sozusagen Mann Viel zu viel Borderlands gezockt Hey Was macht denn? Hä? Was macht dein Edi hier? Okay, Grafikpack Egal Stirb Ja, es frankieren bringt's wirklich Deswegen, da kann man die direkt von vorne anschießen Rb, um Erste Hilfe einzusetzen Ja, gerne So doch nicht Äh, Erste Hilfe Komm mal her, Leute Okay Was ist er denn? Da Ne, das ist er Ach ja Hey, bleib hier So ein Mist Super Okay Hier hinter ist irgendwo der Ah, da ist der Atlas So und jetzt wieder in Deckung Und wieder raus Da hat schon Irgendwie man ballert mich da ab Ist ja keiner Okay, gut Oh, das Ding hier behalt mich ab Ich glaub mir, meine Schilde Mist Ding Generator reaktivieren Klar Okay, da ist niemand Hier ist noch irgendwo so ein Shit-Ding Haha So, ich war da jetzt einfach mal rin So, der kommt da nicht rüber Das ist ganz gut so Ich kann ja nicht mehr auch ein bisschen drauf schießen So Der wäre down Und wir haben noch nie was dafür gemacht Hier rüber Ne, doch nicht So, dann müssen wir wohl die Tür durch Oder auch nicht Hey, muss mal lang Hey, Gurken Gibt's auch wohl nicht Ach, Muni Schöne Sache, das Hä? Ich hör die ganze Zeit Schüsse Scheiße Wer haut denn hier? Da oben welche? Ach ja Ja, heiß Ballert doch ruhig irgendwo ins Nichts hinein Ach, da unten So Jetzt aber So Hui Bam So Okay Das hat gerade ein bisschen rumgefällt Egal Gut Hat mal gerade ein bisschen Muni mitgenommen Können auch wieder mit dem Sniperchen ein bisschen rumspielen Oh Missionsanweisung Missionsauftrag Prioritätsziele 12-5-D Prangley 26-2-B Rodriguez Andere Subjekte sollten lebend ergriffen werden Falls möglich Falls nicht Leichen für Gentests zurückbringen Mann, ihr Arschlöcher Zusatz zu ursprünglichem Auftrag Subjekt Zero Soll für Tests und mögliche Konditionierungen ergriffen werden Aktuelles Psychopropel schlägt Geiselnahme der Studenten als erfolgsversprechende Strategie vor Hier Kleinen Penner So, hier liegt nicht mehr viel rum Hier haben wir nur noch Munition Und da vorne ist noch so ein komischer PC Hui Credits Ah Das ist schon wieder Leute Oh Ich hau mal grad den Techniker um Ey Wie die einfach Headshot braucht Nein Du nicht Okay, da ist keiner mehr Ich bin mal so hektisch mit dem Ziel 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 Ey Ich nur rühre mich nicht Äh Oh Heiß Ja Geile Sache Ich nehme erst das Geschütz aufs Korn Ich mag das nicht Oh 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 Lass den Ranz Okay, wir sind zum Glück hier im vollen Cover Beziehungsweise nicht Okay, du kleine Mistdurke Ich mag diese Geschütze nicht Nein Okay, ich warte mal kurz Weil ich möchte kein Medi Verschwenden Aua So, hätten wir Erste Hilfe Schon Ey Erste Hilfe Achso, das ist er Mensch Sag das doch So Nein Schon wieder ein Geschütz Unschön 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 So, das ist immer Und da steht noch so ein blöder Was ist denn der? Ey Erstehen